Kevin, super nett von Ihnen, dass Sie nochmal kommen konnten. Ich wollte jetzt gerade in Whirlpool, aber fühlen Sie sich mal selbst, die Temperatur ist doch nicht richtig. Nein, haben Sie heiße Wasser brauchen? Ja, selbstverständlich, das ist in Whirlpool. Ja, aber in diesem Whirlpool, Sie brauchen kalt Wasser und die Wassermassagen machen die Wasser heiß. Ach so. Mit diesem. Die Wassermassagen praktisch in zwei oder drei Stunden. Das ist heiß. Super. Und was ist das andere da bitte? Das ist für Blasen. Blasen für Kinder? Ja, für Kinder. Da habe ich was mitgebracht. Meine Kinder lieben das. Schwimmen in einem farbigen Wasser oder was knistert. Es geht gar nicht. Nein? Nein, nicht in den Möbel. Und was ist mit mir? Ich wollte ganz gerne dieses Badeöl benutzen. Es geht gar nicht. Nein. Geht auch nicht. Ja, etwas mit Schaum. Schaum ist immer schön. Es geht gar nicht. Wir brauchen diesen Chlor-Tabletten und ein Tablett für eine Person, zwei Personen, zwei Chlor-Tabletten. Das ist alles. Und wie viele Personen passen in den Pool? Zwei. Okay, also zwei Tabletten. Wunderbar. Prima. Und zwei oder drei Stunden. Ja, wie Sie gesagt haben. Ja, super. Dann muss ich jetzt nur warten. Wir stellen das an und ich bedanke mich.